hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video schön seid ihr wieder dabei heute geht es natürlich um die neuen iphones konkret um das iphone 15 pro und das pro max die sind nämlich bei mir schon eingetroffen vor einer woche wurden sie ja vorgestellt und ja jetzt geht es mal darum zu gucken was können sie eigentlich wir steigen sozusagen in den großen test ein den ich mit diesen geräten machen werde ich habe das iphone 15 pro max schon mal ausgepackt habe schon aufgesetzt da sind alle meine daten schon drauf aber wir wollen ja zuerst mal in die box gucken das wurde ja in letzter zeit ein bisschen langweilig bei apple aber dieses mal ist es zumindest ein bisschen wieder spannender weil es da natürlich eine veränderung in der box gibt drum packen wir hier das iphone 15 pro aus in dem schönen titan blau das hier das pro max ist ja ihr seht es wahrscheinlich hier besser ist ja quasi das naturgrau modell wir werden das alles in detail anschauen wir reden über das design wir schauen uns natürlich die kamera an was ist alles neu wir schauen uns auch die unterschiede an hier zwischen dem 15 pro und dem 15 pro max da gibt es ja dieses jahr große unterschiede leider wird der eine oder andere sagen müssen wir uns auch angucken natürlich reden wir auch über die zoom kamera die neue zoom kamera die hier drin ist und natürlich werden wir auch über den geilen neuen anschluss sprechen den ich euch hier wo ich die kamera hier schon mal zeigen kann ich zu mal ein bisschen hoch so seht ihr da ist natürlich jetzt usb c drin bei allen iphones der 20 23 generation ich feiere das richtig ab ich bin mega froh kam dieser anschluss endlich zu apple bzw hat die eu apple gezwungen das zu tun und wir werden aber in einem anderen video natürlich auch über das iphone 15 sprechen das iphone 15 welches ein riesen update bekommen hat welches sich massiv verbessert hat im vergleich zum vorjahres modell da gibt es dann noch ein neues video ich verlinke das dann da oben sobald es ready ist also wir werden auch die 15er modelle natürlich ganz genau anschauen aber in diesem video hier soll es jetzt mal ums iphone 15 pro und vor allem ums iphone 15 pro max gehen weil ich ich kam ja vom 14 pro max habe das jetzt ein jahr lang gebraucht und ja jetzt steige ich natürlich um aufs 15 pro max aber wir wollen uns das doch mal angucken übrigens natürlich auch zubehör es gibt dann auch noch ein video es gibt eine ganze video reihe kann man sagen in den nächsten paar tagen es gibt natürlich auch noch ein video zu den neuen hüllen weil da ist ja sehr viel gegangen die leder hüllen die von mir geliebten leder hüllen gibt es ja nicht mehr es gibt jetzt dieses fein woven dieses feingewebe material und das werde ich natürlich auch noch in dem eigenen kleinen video euch mal noch vorstellen kleiner spoiler ich bin positiv überrascht in der hands-on in cupertino wo ich war dachte ich so das ist ein bisschen komisch inzwischen bin ich ziemlich begeistert davon warum das gibt es dann noch in einem eigenen video wird alles verlinkt wenn die videos dann rauskommen das wird so in den nächsten ja in der nächsten woche plus minus zehn tage wird das alles passieren so aber jetzt schlage ich vor wir gucken mal in die box okay das machen wir hier mit dieser kamera also ihr seht hier vorne natürlich logischerweise das iphone drauf hinten dann entsprechend iphone 15 pro in blau wir machen das jetzt hier mal auf moment so zack kann ich wieder meine ungeschicktheit beim iphone unboxing beweisen so und dann tada flupp wow das sieht schon geil aus meine güte blau das ist ja vielleicht sieht man das da in der kamera das ist ja echt eine coole farbe abgenommen und jetzt kommen wir zum neuen teil und zwar ihr wisst ja es gibt schon lange keine netzteile mehr natürlich apple liefert die schon seit ein paar jahren nicht mehr mit kabel gnädigerweise schon und die kabel sind dieses jahr natürlich interessant weil wir ja auf usbc wechseln und da seht ihr jetzt hier haben wir eben ein usbc kabel und zwar so ein recht hübsches wie ich finde ich tue das mal ein bisschen zur seite dass hier nicht alles daneben steht so also ihr seht das ist ein kabel welches ich packe das mal kurz aus ich rupfe das mal so ein bisschen weg das ist wirklich ein mit stoff ummanteltes sehr hübsches kabel also das ist wirklich toll weil das hat natürlich den vorteil dass ich es wenn ich zum beispiel in den rucksack packt oder in die schublade dass es dann nicht mehr so ein knoten gibt können viel weniger verknoten diese diese mit stoff ummantelten kabel haben auf beiden seiten logischerweise wer hätte das gedacht usbc ihr könnt natürlich jedes usbc kabel nehmen zum laden da müsst ihr jetzt nicht das hier nehmen das ist übrigens noch ein usb c also usb 2.0 kabel also das heißt wir haben hier zwar das iphone einfach nochmal um es ganz genau zu sagen das iphone 15 pro aber wir haben trotzdem nur ein usb c also ein usb 2.0 kabel von der geschwindigkeit her weil es ist ja so usb 2.0 das ist quasi lightning geschwindigkeit aber die neuen pro modelle können ja viel schneller die können ja 10 gigabit übertragen könnt ihr mit dem kabel aber nicht muss man einfach am anfang gleich wissen also da seid ihr sonst enttäuscht wenn jetzt damit quasi große daten übertragen wollt da seid ihr nicht schneller als ihr das mit dem lightning kabel wart das ist ich sag mal das ist so ein bisschen uncool von apple das machen sie auch bei den ipads ipad pro zum beispiel das große ipad pro hat ja thunderbolt port drin bis zu 40 gigabit könnten da übertragen werden das kabel das aber bei liegt ist eben auch nur so ein usb 2.0 usb c kabel das ihr eigentlich außer zum laden für nichts brauchen könnt muss man einfach wissen wenn ihr jetzt quasi profimäßig videos von dem gerät kopieren wollt da braucht ihr ein anderes kabel aber wir kommen zum usb c dann noch ja jetzt haben wir es ausgepackt und was machen wir jetzt normalerweise wir springen natürlich voraus weil es ist tatsächlich so das ding ist ja jetzt komplett neu noch völlig unaufgesetzt das hier habe ich schon aufgesetzt und mit dem werde ich vor allem auch testen aber ja ich muss mal testen ich gehe an tunersee ich gehe ein bisschen in die stadt bern ich werde natürlich die kamera testen ich werde versuchen ein bisschen was über den akku herauszufinden und ganz generell wie sich so anfühlt wenn man eben von so einem iphone 14 pro max kommt hin zum iphone 15 pro max ja design muss ich wirklich sagen also wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen ich finde es unglaublich gelungen schon nur die abgerundeten kanten aber das machen wir alles wenn ich ein bisschen mehr gesammelt habe ein bisschen mehr erfahrung gesammelt habe ich werde es ohne case nutzen ich werde es mit case nutzen natürlich weil ich ein angsthase bin und immer angst habe es fällt mir runter also ich werde das jetzt alles ausprobieren für euch ist das alles nur ein wimpernschlag für mich sind ein paar tage dazwischen bis wir uns wieder hier zusammensetzen und dann auch detail anschauen was das iphone 15 pro und vor allem auch das pro max denn eigentlich können also bis gleich so da sind wir wieder zurück fünf tage sind wir quasi jetzt nach vorne gesprungen und jetzt können wir endlich über das iphone 15 pro und vor allem das pro max sprechen ich habe die jetzt seit fünf tagen im einsatz im dauereinsatz darf man sicher sagen und jetzt schauen wir uns das ganze in detail an ihr habt sicher schon bemerkt das video hat kapitelmarken ihr könnt also problemlos jedes thema direkt anspringen wenn ihr denkt das lange video da da will ich nicht dem frick so lange zuhören könnt ihr genau hinspringen usbc was kann man da machen die demo wie wir andere geräte laden natürlich die kamera und 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 das alles ist da unten verlinkt also nutzt das auch wenn ihr wollt oder wir können natürlich da auch ganz schön entspannt zusammen durchgehen könnte aber auch ein längeres video werden das muss ich schon gleich schon am anfang gleich mal sagen so fangen wir an mit dem design wir haben jetzt grade 5 titanium das tut natürlich mega toll aber es ist auch ein spannendes material titan auf der einen seite mindestens so stark beziehungsweise noch widerstandsfähiger als als das edelstahl was vorher genutzt wurde gleichzeitig aber leichter und das leicht merkt man wirklich das hier ist das iphone 14 pro max vom letzten jahr kann soll ich auch mal hier zeigen und das hier ist das neue iphone 15 pro max von diesem jahr und man merkt wirklich sofort wenn man die beide so in die hand nimmt das neue das 15 pro max ist deutlich leichter wir reden von ungefähr zehn prozent das tönt nicht nach viel macht aber tatsächlich eine ganze menge aus und wenn wir uns jetzt mal das anschauen auch sonst das design ich zeige das mal hier in der kamera das kleine iphone mal zur seite so jetzt schauen wir uns das mal hier so an und ihr seht da gleich das ist natürlich schon ein anderes material so also hier das ist das titan und das ist das edelstahl natürlich ein bisschen vertatscht bzw habe ich viele viele fingerabdrücke drauf und was extrem cool ist in diesem jahr ist dass die kanten hier abgerundet sind also ich zeige euch das mal ich hoffe man sieht hier ihr habt natürlich immer noch dieses kantige design völlig klar wie früher beim iphone 14 aber jetzt ist es so dass der der letzte schliff quasi die letzten kanten die sind abgerundet hier und dadurch liegt es einfach deutlich griffiger in der hand und ist nicht so ist nicht so krass kantig es gab nicht wenige leute die gesagt haben na die vierzehner und auch die dreizehn und die zwölfer vorher die sind fast schon ein bisschen scharf die haben schon fast ein bisschen scharfe kanten hier und genau das hat man bei den neuen iphone 15 modellen nicht mehr weil man hier quasi noch so eine es ist immer noch viereckig aber man hat hier diesen rand eigentlich quasi so rund gemacht und dadurch liegt es finde ich tatsächlich besser in der hand ich kann es besser greifen als ich das beim eckigen modell hier beim 14 pro max zum beispiel konnte fällt mir wirklich auf ich werde wahrscheinlich trotzdem eine hülle drum machen aber man könnte vielleicht hier mal probieren ohne hülle wahrscheinlich traue ich mich dann mal wieder nicht also was haben wir für farben wir haben titan natur das ist dieses hier ich halte es mal in diese kamera ist natürlich immer schwierig zu sagen je nach beleuchtung wie das so daher kommt und dann haben wir titan blau da habe ich hier das iphone 15 pro ich halte das mal in die kamera in einem moment das muss natürlich so ich halte lieber in die kamera da oben so dass sie das mal seht also ihr seht sehr sehr schöne farbe die sich auch je nach licht zwischen ganz dunkel und so ein bisschen heller aber es ist generell eine recht dunkle farbe aber auch da sieht man das titan gut dass ich halte das mal hier noch ein bisschen in die kamera ihr seht wie das da so glänzt und auch da also man merkt schon man merkt auch hier beim 15 pro das in titan blau dass das nicht edelstahl ist also man merkt das titan schon noch wobei ich ganz klar sagen muss wenn ihr am meisten das titan feeling haben wollt wie bei der apple watch oder bei der apple watch ultra zum beispiel dann holt euch das titan natur weil das entspricht quasi der ja sozusagen der standard farbe wie titan eben aussieht es gibt noch titan weiß und titan schwarz wobei man da sagen muss auch da sieht man noch den titan rahmen drumherum völlig klar aber ist ein bisschen wenig weniger auffällig so gut dann kommen wir natürlich zum elephant in the room die iphone 15 und logischerweise auch die iphone 15 pro modelle haben usbc endlich muss man ja sagen wurde wirklich zeit dieser anschluss hier hat jetzt endlich auch apple gemerkt dass der super praktisch ist mal gucken seht ihr das da so das ist der usbc anschluss vielleicht noch mal zum vergleich hier haben wir den alten den lightning des zwischen schon ziemlich dreckig nach einem jahr also hier links ist das usbc und hier rechts ist noch der lightning port was super cool ist beim neuen anschluss ihr könnt ihn für verschiedene dinge brauchen auf der einen seite wenn ihr daten übertragen wollt was gerade bei den pro iphones durchaus sinnvoll sein kann wenn ihr zum beispiel pro res raw video aufzeichnet dann habt ihr jetzt 10 gigabit pro sekunde das entspricht dem usb 3.0 standard das ist toll ist 20 mal schneller als lightning aber nicht so schnell wie es sein könnte wäre apple nicht so knauserig gewesen hätten sie da thunderbolt 4 eingebaut dann hätte die 40 gigabit pro sekunde gehabt und nicht nur 10 gigabit also 10 gigabit ist toll und massiv besser als lightning aber ja es ist halt nicht das beste was geht und zum beispiel bei den ipad pros bei den großen baut apple das ein da haben wir in der thunderbolt 4 schnittstelle auch mit dem usbc stecker natürlich aber die können halt noch schneller daten übertragen finde ich ein bisschen schade mag am prozessor liegen wir haben ja in den ipad pros den m2 hier haben wir den a 17 pro den ganz neuen ich weiß nicht woran es liegt oder einfach weil apple halt wirklich knauserig ist aber ja ist natürlich okay ist auch viel viel schneller und ihr könnt die videos schnell von eurem gerät kriegen aber ist halt nicht das beste was geht dann was ihr damit aber machen könnt mit usbc und zwar auch beim iphone 15 nicht nur hier beim 15 pro ihr könnt andere geräte damit laden zum beispiel die airpods pro 2 mit usbc die sind ja auch neu rausgekommen mit dem neuen usbc case oder aber ihr könnt auch andere telefone damit laden das ding ist quasi eine powerbank ich zeige euch das mal ich nehme hier das mitgelieferte usbc kabel übrigens ganz wichtig bei den iphone 15 pro und pro max liefert apple dieses kabel mit das ist genau das gleiche wie bei den iphone 15 problem ist damit könnt ihr nicht schnell daten übertragen das ist kein usb 3.0 kabel das ist ein ganz gewöhnliches usbc kabel das braucht ihr primär zum laden oder ihr könnt so langsam daten übertragen wie das bei den iphone 15 geht also so langsam wie bei lightning aber bitte damit nicht versuchen videos zu transferieren sprich wenn ihr das wirklich macht kauft ihr euch ein iphone 15 pro und müsst danach noch mal geld ausgeben für ein usb 3.0 kabel also mit usbc stecker oder ein thunderbolt kabel gleich direkt von apple das kostet aber noch mal 50 60 franken je nachdem wo es kauft gut aber es geht ja ums laden ich stecke ich stecke das hier mal ein ich zeige es euch vielleicht auf dieser kamera so hier ist jetzt eingesteckt und jetzt könnt ihr so ein zweites iphone nehmen mit usbc in dem fall das iphone 15 pro und dann seht ihr mal gucken ob ihr das seht ich das mal entsperren guckt mal ne moment wir machen das wir machen das anders wir nehmen hier weil ich will euch etwas demonstrieren wir nehmen hier das iphone 15 ohne pro und wenn ihr da guckt beim akku dann stellt ihr da fest moment ich muss mich hinter der kamera verstecken dass er scharf stellt hallo so ihr seht der akku jetzt hätte ich natürlich da nicht dran der liegt bei 28 prozent also nicht mehr allzu viel der akku hier von meinem iphone 15 pro max der liegt noch bei 53 prozent okay also was machen wir jetzt wir stöpseln das ein und jetzt zeige ich es mit der oben drüber kamera hier das iphone das mehr geladen ist hier das kleine wir stecken das ein und ihr seht hier oben in der dynamic island vom iphone 15 kommt wird geladen das funktioniert so dass wenn ihr zwei iphone die usbc unterstützen wenn ihr die zusammenschaltet dann tut immer das gerät was mehr akku hat das gerät wo der akkustand niedriger ist damit laden also das ist eigentlich ganz cool das funktioniert automatisch da könnt ihr nichts konfigurieren ihr könnt aber sogar mit einem usbc auf lightning kabel könnt ihr auch die alten telefone laden weil ihr trefft ja wahrscheinlich mehr leute mit dem iphone das noch lightning hat als mit den neuen usbc iphones das kabel könnt ihr ebenfalls nehmen einstecken und damit könnt ihr dann quasi auch ein gerät laden da aber immer nur vom usbc iphone aufs lightning iphone also da geht zurück nicht weil das lightning ja gar nicht kann okay also das so eine kleine spielerei mit lightning ihr könnt übrigens auch beim iphone 15 pro und pro max könnt ihr wenn ihr pro res raw video aufzeichnen könnt ihr das direkt auf die ssd speichern also ihr könnt euch eine ssd holen usb c ssd hängt die da dran und dann könnt ihr quasi video aufnahmen direkt auf die ssd machen die beste qualität die möglich ist mit dem iphone 15 pro und pro max sprich pro res raw 4k in 60 frames pro sekunde könnt ihr nur so aufzeichnen das heißt ihr könnt das gar nicht intern aufzeichnen sondern ihr könnt das nur machen wenn ihr hier an den usbc anschluss eine ssd dran hängt so ein bisschen ähnlich wie bei gewissen kameras wo ihr wenn ihr einen externen recorder anschließt eine bessere qualitativ bessere aufnahme speichern könnt als wenn ihr auf den internen speicher der kamera speichert so das war usbc beziehungsweise noch ein punkt der mich so ein bisschen ja ich sag's ganz offen der mich ein bisschen nervt fast charge gibt es nicht soweit ich das bis jetzt rausgefunden habe das heißt das neue iphone 15 pro oder pro max oder aber auch das iphone 15 das normale mit usbc die lagen genauso schnell beziehungsweise eher langsam muss man sagen wie die iphone 14 generation ungefähr mit 27 watt kann man da rein laden ist okay eine halbe stunde 50 prozent sagt man so aber ja bei opo hast du halt in einer halbe stunde das gerät von null auf 100 aufgeladen zum beispiel oder auch bei oneplus oder bei xiaomi oder bei huawei die chinesen sind da extrem zackig beim laden samsung ist ähnlich langsam unterwegs wie apple es ist einfach schade ich finde es wirklich schade haben wir hier usbc da hätte man so was im bereich fast charging machen können es ist okay es geht aber eben im vergleich zur konkurrenz sind die iphones beim laden nicht besser geworden und sie sind überhaupt nicht besser geworden obwohl wir jetzt usbc haben und mit usbc sind ja verschiedene technologien möglich klar man muss sagen opo und co die haben so proprietäre lösungen das auch ein nachteil brauchst du extra das ladegerät und extra das kabel dazu aber ja bei apple ist also laden immer noch relativ langsam und 15 watt per mac safe also wireless ist immer noch gleich wie vorher so kommen wir noch zum bildschirm wir haben natürlich eigentlich den gleichen bildschirm muss nur gucken dass ich die iphone nehme wie hier beim iphone 14 letzten jahr das heißt wir haben 120 hertz wir haben natürlich ein retina display wir haben promotion mit 120 hertz flimmer frei und wir haben natürlich die notch die notch so schön zum glück nicht mehr und wir haben natürlich zum glück die dynamic island immer noch und wir haben das always on display alles gleich also beim display beim bildschirm hat sich bei den iphone 15 modellen überhaupt nichts bei den pro modellen überhaupt nichts getan okay so noch ganz kurz zu drahtlos verbindungen da hat sich nämlich was getan und zwar unterstützt das iphone 15 pro und auch pro max natürlich wireless wlan 6 e also wenn ihr so ein router habt die sind noch ziemlich teuer dann könnt ihr damit jetzt super schnelle verbindungen realisieren vorher war es wlan 6 das iphone 14 hat wlan 6 das iphone 15 übrigens auch aber die pro modelle haben wlan 6 e ja kann man nutzen und wir haben natürlich den neuen u2 chip der ist auch in allen neuen iphone 15 modellen drin der soll eine bessere reichweite haben das heißt ihr könnt eure verloren gegangenen geräte über eine größere entfernung her genau tracken wo dann dieser pfeil kommt wo es euch dann sagt hey noch noch drei meter da hinten links ihr könnt das hat apple auf der keynote gezeigt könnt dann auch quasi wenn ihr irgendwo auf einem bahnhof seid und ein kollege hat auch ein neues iphone könnt ihr euch so quasi besser finden dass ihr euch wirklich zueinander führen könnt finde ich ein cooles feature brauche ich tatsächlich relativ häufig schon oft kollegen irgendwo im bahnhof gewusel gesucht kann man dafür nutzen ich bin sicher der u2 chip wird in zukunft noch neue features bringen von denen wir im moment noch gar nichts wissen dann ist lustig oder witzig man hat wohl rausgefunden dass das iphone 15 pro und das pro max einen thread chip drin hat also einen thread funk chip wie es zum beispiel ja der homepod mini oder so hat oder die neuen homepods das könnte theoretisch ein thread border router sein macht natürlich keinen sinn das sollten stationäre geräte sein wenn ihr euer smart home damit aufbaut jetzt wird so ein bisschen gerätseln im netz gerade warum ist das da drin ist das quasi abfall weil bei den chips die sie verbauen das einfach dazu gehört dass neben wlan bluetooth und anderen funktionalitäten thread da quasi dabei ist oder plant apple irgendwas im bereich smart home oder auch im bereich konnektivität zur apple watch zum beispiel könnte man theoretisch statt über bluetooth über thread laufen lassen in ferner zukunft wir wissen es nicht im moment gibt es keine funktion dazu vielleicht können wir damit schneller lampen steuern dass das iphone das dann direkt an funkt das wissen wir noch nicht aber es ist technisch wohl so drin und was wir ebenfalls natürlich haben wie letztes jahr ist die notruf sos funktion die ist immer noch drin wird bei uns in der schweiz auch jetzt gerade dann aktiviert endlich bisher konnten wir das gar nicht nutzen immer noch zwei jahre nach kauf kostenlos was danach kommt wissen wir nicht so jetzt kommen wir zum action button und das ist wirklich eines meiner liebsten einer meiner liebsten funktionen der action button wir haben beim iphone neu ich zeige das in dieser kamera da oben wir haben nicht mehr den klassischen wo ist denn das alte iphone also ihr seht hier ist das alte iphone und das hat ja hier diesen switch kennen wir alle den mute switch der ist meistens unten weil ich nicht will dass das telefon krach macht so beim 9 haben wir hier einen knopf seht ihr das wenn ihr das ding auspackt dann hat das standardmäßig die gleiche funktion wie früher der schalter einmal lang drücken schaltet um zwischen gemutet und nicht gemutet also klingeltöne an und klingeltöne aus ihr könnt das aber konfigurieren und das werden wir jetzt zusammen machen wir gehen mal hier hin ich zu mir da vielleicht noch ein bisschen rein so seht ihr und dann geht ihr einfach in die einstellungen und ihr geht dann hier habt ihr neue aktions taste action button so und ihr geht darauf und jetzt seht ihr hier kamera ihr könnt aber auch wechseln schaut mal diese coole animation an jetzt haben wir quasi den stumm modus jetzt haben wir einen fokus dass ihr könnt ein fokus dass immer wenn ihr da lange drückt ein fokus passiert ihr könnt die kamera starten meine absolute lieblingsfunktion die nutze ich zeige es euch nachher ihr könnt eine taschenlampe aktivieren ihr könnten sprach memo aufzeichnen warum nicht ihr könnt was suchen und ihr könnt und damit wird es natürlich super super komplex und auch spannend ihr könnt ein kurzbefehl starten also mit anderen worten ihr könnt praktisch alles tun weil ein kurzbefehl steuert ja das ganze handy das könnt ihr alles brauchen wenn ihr wollt ich nutze aber die kamera so das ist das was ich brauche und das heißt das führt dann dazu ich habe die zum beispiel ausgeschaltet ich drücke hier lang drauf zack ist die kamera da seht ihr das und das coole ist halt das kann man auch nutzen wenn man in einer app ist ich mache twitter auf zum beispiel oder shitter oder x wie es jetzt heißt und ich drücke hier lang auf diesen knopf seht ihr da und ich drücke da lang drauf zack die kamera ist da also es gibt keine schnellere möglichkeit eine kamera zu starten als mit einem knopf all diese shortcuts und hin und her gewischereien das ist schön und gut aber der knopf funktioniert erstens immer und zweitens egal wo ihr seid egal ob das gerät schon entsperrt ist ob ihr irgendwo in einer app drin wuselt ihr drückt diesen knopf zack dann passiert das also der action button muss ich wirklich sagen den finde ich extrem spannend extrem genial das freut mich riesig dass wir den jetzt endlich haben und eben wie gesagt ihr seht man kann fixe dinge tun und mit den kurzbefehlen könnt ihr eigentlich alles damit anfangen so dann lasst uns zur kamera kommen da haben natürlich viele darauf gewartet ja endlich spricht er über die kamera wir haben neue sensoren wir haben vor allem einen neuen 48 megapixel sensor beim iphone 15 pro und dann natürlich auch beim pro max das ist sicher wichtig bessere low light fähigkeit ich zeige euch nachher mal ein bild was ich heute abend aufgenommen habe draußen das war auch ziemlich cool wir können jetzt 48 megapixel fotos machen im raw format aber als hive gespeichert dadurch sind sie ein bisschen komprimiert und nicht mehr so riesengroß die waren ja vorher ich weiß gar nicht 60 70 megabyte groß jetzt könnt ihr das quasi ein bisschen komprimiert haben habt aber trotzdem noch alle daten das ist verlustfrei ist nicht komprimiert verlustfrei gespeichert einfach eine andere art das ist eine neue funktion für die die gerne in raw fotografieren und dann die original daten noch haben dass das nicht so riesengroß wird generell ist es so dass die iphone 15 generation jetzt fotos mit 24 megapixel abspeichert und nicht mit 12 also die fotos sind ein bisschen größer geworden dadurch aber der vorteil ist eben ihr habt quasi natürlich ein bisschen mehr bildinformation drauf hat sich apple entschlossen nach den vielen jahren wo wir 12 megapixel hatten letztes jahr kam ja dann zwar der 48 megapixel sensor aber eben trotzdem runtergerechnet standardmäßig auf 12 megapixel und jetzt ist es so dass wir einfach auf 24 megapixel gehen da haben wir sollen wir wohl ein bisschen bessere qualität haben und die bilder werden ein bisschen größer so dann haben wir ich komme schon noch zum 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 keine angst das zum ist natürlich tatsächlich ein highlight aber wir haben noch ein anderes highlight bei allen iphone 15 also nicht nur bei den pros sondern auch bei den normalen ist es so ihr könnt einstellen dass grundsätzlich die tiefen informationen immer gespeichert werden was heißt das das heißt wenn ihr ein foto macht müsst ihr euch nicht vorher entscheiden ist das jetzt mache ich da jetzt ein porträt von dem typen da oder mache ich ein normales bild wo quasi hinten und vorne gleich scharf ist vorher musstet ihr das ja wählen ihr musstet auswählen welchen modus in der kamera ihr habt jetzt ist es so mit künstlicher intelligenz werden menschen also personen entdeckt katzen und hunde also bei denen funktioniert das heißt ihr macht ein foto ganz normal und dann wählt ihr aber im nachgang ob ihr jetzt daraus ein porträt foto machen möchtet mit unscharfen hintergrund oder ob das ganze normales foto ist wo alles scharf ist ich zeige euch das mal ich habe hier mein ipad und das möchte ich heute brauchen um euch so ein paar bild ideen zu zeigen so seht ihr das hier so das ist das foto iphone kommt weg so habe ich vorhin aufgezeichnet und ihr seht schon gleich wenn ich hier auf bearbeiten gehe habt ihr hier auf der rechten seite jetzt beim iphone ist es gleich hier ist auch ipad os 17 drauf ihr könnt hier gleich umschalten so und guckt jetzt mal das bild an seht ihr das jetzt ist der hintergrund unscharf die schweizer fahne ist unscharf okay und wenn ihr das wieder rausnehmt dann ist sie entsprechend ihr könnt so umschalten oder ihr nehmt diesen schieberegler und fahrt ihn ganz nach unten so jetzt sieht man es am besten also alles blurry alles unscharf im hintergrund und so ist alles scharf und das könnt ihr halt quasi jederzeit umstellen finde ich mega also finde ich wirklich mega praktisch weil ich bin so jemand ich vergesse das immer ich vergesse immer diesen portrait modus und dann mache ich fotos und denke oh ja stimmt das wäre jetzt cool mein sohnemann hinten dran die bäume dürften unscharf sein aber dann ist schon zu spät weil ich einfach drauf losknipse und das ist jetzt hier bei der neuen iphone generation so dass diese informationen quasi automatisch mitkommen es gibt auch die möglichkeit dass ihr den fokus noch ändern könnt also auch da ihr könnt fotos machen wenn es was im hintergrund im vordergrund hat wo ihr dann nachträglich ohne das am anfang einstellen zu müssen könnt ihr wählen ob ihr jetzt vordergrund oder hintergrund scharf haben möchtet also quasi den fokus vom autofokus anders setzen nachträglich immer wenn ihr diese informationen speichert wenn ihr das einstellt auch das eine sehr coole funktion werde ich ein bisschen weniger brauchen als die coole sache mit dem portrait modus so dann kommen wir endlich zum elephant in the room das ist schon der zweite der erste war usbc und der zweite ist natürlich die kamera und zwar konkret die zoom kamera beim iphone 15 pro max ich seit jahren seit jahren beklage ich mich immer im september wenn ein neues iphone kommt dass der zoom halt wir hatten lang zweifach zoom jetzt haben wir dreifach zoom okay alles schön und gut aber hey samsung hat den 50 fach zoom oder 100 fach zoom den sie vermarkten es wollte ihr 100 fach zoomen wollt ihr zwar nicht aber die haben einfach zoom zoom die man brauchen kann und jetzt hat ja apple hier in dieser kamera drin also man sieht das eigentlich überhaupt nicht man sieht da nichts hat er jetzt auch so ein penta licht abweichen so ein periskop sie nennen das aber nicht periskop gebastelt wo ihr quasi wo das licht eben umgelenkt wird damit die brennweite weiter wird weil ihr wollt ja nicht dass hier was vorsteht aber ihr wollt trotzdem den effekt haben quasi und man hat jetzt einen fünffach zoom drin fünffach zoom tönt zugegebenermaßen jetzt nicht so spektakulär wenn wir dreifach vorher hatten jetzt haben wir fünffach entspricht 120 millimeter brennweite bei samsung die haben zehnfach zoom optisch den zwar auch kombiniert mit zwei linsen und 200 megapixel sensor aber ja das ist halt mehr sind halt 240 millimeter und dann könnt ihr noch digital zoomen trotzdem muss ich sagen das ist ein richtig richtig guter zoom der ist mega brauchbar und man kann auch über die fünffach zoomen ich zeige euch das mal ich habe das nämlich hier ein bisschen vorbereitet dann nehmen wir wieder das ipad das für mich mal was neues ich teste das mal ob man so sachen auch einfach auf dem ipad zeigen kann so jetzt gehen wir da ein bisschen zurück und ich zeige euch mal wie das so aussieht hier seht ihr dieses foto hier so moment ich muss gucken das grad ist sonst ist bei mir ist der tisch ein bisschen schief so seht ihr das gut das ist das normale wir können das natürlich informativ die information dazu noch einblenden moment ich will nicht dran basteln ich will nur die so seht ihr hier 24 millimeter ganz normal standard dann kommt das nächste das zweifach zoom das zweifach zoom beim iphone 15 pro max wird natürlich durch sensor crop erreicht dass keine eigene linse das sieht dann so aus also ihr seht jetzt hier unser schönes münster ist hier noch ziemlich weit weg und hier doch schon mal deutlich näher und jetzt wird es eben spannend jetzt kommt hier der das ist dann entsprechend das 120 also wir haben eigentlich diese drei stufen sorry also hier 24 millimeter dann haben wir hier den zweifach zoom 48 und dann haben wir hier den 120 fach also ihr seht das münster ist dann schon deutlich näher aber ihr könnt eben darüber hinaus ihr könnt auch weiter gehen ihr könnt ja weiter zoomen dann wird es digital und dann mischt da so ein bisschen alles zusammen und dann habt ihr zum beispiel so ein bild und wenn ihr jetzt da mal die bildinformationen angucken dann werdet ihr vielleicht sehen hier das sind 264 millimeter also eigentlich so bisschen mehr als zehnfach zu und ich meine wenn wir da mal ein bisschen reingehen wenn wir da ein bisschen dann merkt man das ist voll brauchbar ist jetzt nicht ultrascharf aber hey ist voll okay für soziale medien oder auch sonst dinge also ich würde es nicht auf poster drucken könnt ihr das absolut brauchen und was sehr sehr cool ist wenn ihr über achtfach zu dass ihr klickt auf diesen fünffach zum bereich button hier kann ich das auch live wir können es ja quasi live machen seht ihr das hier hier drin so jetzt habt ihr hier moment ihr seht es ja gar nicht eine so ihr habt einfach zweifach und jetzt haben wir hier fünffach und jetzt könnt ihr natürlich noch weiter zoomen und wenn ihr das macht dann ab achtfach erscheint da oben seht ihr das hier erscheint da so ein eine information und zwar die information wo er denn eigentlich hin pointet also etwas das hat samsung auch ab einem gewissen zoom level damit man sieht im bild wo man sich denn eigentlich befindet weil man ja immer näher ran zoomt und man ein bisschen überblick verlieren könnte und genau das hat jetzt quasi apple hier auch eingebaut ab achtfach zoom kommt dieses kleine vorschaufenster oben rechts wo ihr dann entsprechend seht wo ihr eigentlich seid zeige euch noch ein paar andere beispiele bzw noch eins von tuner see da war ich noch bevor es bei uns geregnet hat hier wieder also mal so das hier ist 24 seht ihr da 24 falls ihr mir nicht glaubt so das hier ist 48 zweifach crop und das hier ist 128 und ihr seht hier diesen berg der ist schon näher wenn ihr jetzt mal hier guckt jetzt fahren wir noch mal eins das ist diese bergspitze hier und dann hier ja und dann ist schon auch mal eine ganze ecke näher aber natürlich könnt ihr auch da dann weiter ranzoomen das hier ist was habe ich da gemacht das ist sogar 325 also das ist dann wirklich 12 13 14 15 fach ja ist okay da merkt man dann schon dass es nicht so scharf ist also hier die bergflanke die geht noch da auf der seite da sieht man sogar noch die die den den mast der gondelbahn aber ja klar also es wird dann wirklich es wird dann schon unscharf aber man kann es immerhin tun manchmal braucht man es um einfach schnell zu gucken weil man nicht ganz sicher ist was ist jetzt dort ist das jetzt ein wasserfall oder ist das irgendeine bergflanke habe ich auch schon gebraucht ohne unbedingt ein foto davon zu machen also das finde ich echt praktisch und das kann man eigentlich wirklich muss ich sagen sehr sehr gut nutzen sprich der zoom daumen hoch klar ich wäre auch happy gewesen mit zehnfach optisch gebe ich gerne zu aber ich muss sagen für dass das das erste mal ist dass apple sowas verbaut und sowas macht weil was wirklich cool ist und da glaube ich sind sie sehr weit schon mit der brennweite noch nicht da sind sie hinter der konkurrenz hinten sie immer noch her aber was sie extrem im griff haben ist die stabilisierung und das wisst ihr natürlich bei so einer großen brennweite wird das super schwierig weil ihr haltet euer handy und ihr zittert ja automatisch ein bisschen und das bild springt dann ganz stark herum und ist dann halt oft auch mal unscharf hier ist mir wirklich aufgefallen bis zu ja ich sag mal achtfach neunfach das ist extrem gut stabilisiert hat ja apple in der keynote erklärt also diese diese spezielle linse die da drin ist die eben das licht so umlenkt auch noch die ist die ist in alle drei seiten stabilisiert sie sagen es sei die aufwendigste stabilisierung die sie selber je gemacht haben und das merkt man den bildern wirklich an also drum wenn ihr wirklich zum zum fernseit wie ich der gern vor allem landschaft fotografiert eben und ihm auch mal rein geht und einen ausschnitt nimmt großartig kann man extrem gut brauchen einzige wärmutstropfen beim iphone 15 pro ist das nicht da habt ihr den standard dreifach zoom den wir schon letztes jahr hatten das habt ihr nur beim großen modell ich komme am ende des videos dann nochmal darauf zu sprechen ja ihr habt natürlich sonst noch ich muss da ein bisschen in meine notizen gucken ihr habt natürlich sonst noch ein paar profi features bei den iphone 15 pro ihr könnt zum beispiel könnt ihr logs machen also logs werden unterstützt das heißt quasi ihr könnt log video aufzeichnen das ist dann so ganz ein flaches bildprofil und könnt danach wenn ihr color grading macht also wenn ihr die bilder die bildfarben nachher bearbeiten wollt könnt ihr das tun das ist so eine profi geschichte habe ich auch noch nie selber ausprobiert traue ich mich nicht ran meine kamera hier die sony konnte das auch aber das kann man unterstützen pro res raw wird jetzt bis 4k 60 frames unterstützt mega cool aber eben nur wenn ihr es auf eine externe ssd speichert und ihr könnt den aces farbstandard einstellen das ist ein standard der in hollywood gebraucht wird bei diesen super teuren 30 40 100.000 franken kameras wo die ihre hollywood filme mit drehen das coole ist natürlich wenn ihr so ein iphone auf dieses farbprofil umstellen könnt dann könnt ihr quasi content den ihr mit so einem iphone macht salopp gesagt in einem hollywood movie brauchen das wurde auch schon gemacht es gibt ja schon berichte dass leute schon vor dem iphone 15 pro die iphone genutzt haben um bestimmte sachen zu drehen weil es einfach einfacher und günstiger ist als wenn man so ein mega equipment nimmt und jetzt durch die unterstützung von diesem farbstandard ja soll das natürlich unterstützend sein weil dann das sieht dann halt gleich aus man merkt dann nicht sofort ist das ein komisches bild aber wahrscheinlich ein smartphone sondern so das versprechen ist natürlich auch viel marketing drumherum ich weiß nicht wie konkret leute wirklich das nutzen werden creators oder filmemacher ob sie jetzt sagen oh cool endlich kommt das jetzt brauche ich das iphone statt eine richtige kamera kann ich kann ich nicht beurteilen aber es wird schon einen grund haben ich glaube es macht apple nicht nur fürs marketing auch wenn es schön tönt und man sagen kann hey guck du kannst hier quasi die gleichen farbprofile hinterlegen wie bei der mega kamera für 50.000 franken das sind profisachen die ich selber auch nicht brauche wir haben ein profi prozessor drin den a 17 pro das ist der erste industriell gefertigte also in massenfertigung gemachte drei nanometer chip das heißt die struktur breite ist nur noch drei nanometer das heißt ihr könnt auf der gleichen fläche vom prozessor entweder viel mehr schaltungen unterbringen dann ist er schneller oder aber er braucht generell auch weniger strom weil die wege quasi zwischen den einzelnen schaltungen natürlich kürzer sind wobei wege und kürze dass wir reden hier im atomaren nano bereich aber trotzdem der ist also stromsparender man muss sagen es kam noch nicht so richtig klar heraus und ich habe es also auch nicht gemerkt in meinem test bis jetzt wo denn jetzt die vorteile liegen weil ganz klar sage ich ganz offen über die akkulaufzeit etwas sagen zu wollen nach fünf tagen ist total unseriös das werde ich auch nicht tun es hält jetzt schon ungefähr locker gleich lang wie hier mein iphone 14 pro max aber verlasst euch da nicht drauf der punkt ist der am anfang wenn ihr so ein gerät neu aufsetzt ihr spielt alle eure daten rüber da laufen noch diverse prozesse im hintergrund da verbraucht es noch viel mehr strom manchmal ist es umgekehrt plötzlich funktioniert alles bestens eine woche später fängt es dann an weil noch irgendein dienst irgendwas macht also da muss man einfach ein paar wochen abwarten darum sage ich da wirklich noch nichts zum akku ich komme problemlos durch den tag ich nutze ist ich habe heute sehr viel telefoniert alles gut always on display natürlich an ich habe auch sehr viel die kamera genutzt logischerweise aber wir können mal davon ausgehen apple selber sagt ja gleich viel akkulaufzeit wie hier beim iphone 14 pro max also gleich viel wie bei den vorgängerversionen der pro iphones ich hoffe dass es natürlich mehr wird ganz einfach weil wir haben diesen drei nanometer chip drin und wenn ich kein raytracing laufen lasse haben sie an der keynote gezeigt so hardware raytracing konsolenspiele auf dem handy hat mich total nicht interessiert und ich frage mich wirklich wer das braucht aber okay man soll es können dass es wurde natürlich auch gezeigt um zu zeigen wie performant der neue prozessor ist aber das ist für mich nicht so wichtig ich fände es cooler wenn einfach die akkulaufzeit besser wird müssen wir mal abwarten was dann im alltag wirklich davon übrig bleibt ob apple ein bisschen tief stapelt könnte auch sein dass sie einfach nur die gleiche akkulaufzeit wie letztes jahr angeben ob sich das noch verbessert oder nicht ich werde garantiert darauf zurückkommen ich werde da auch noch ein video dann drüber machen aber erst in ein paar wochen wenn ich das gerät eben lang genug genutzt habe um mal so ein bisschen rauszufinden wie das funktioniert okay so dann müssen wir natürlich noch darüber sprechen ist die taschenlampe mal wieder angegangen hier iphone 15 pro iphone 15 pro max bisher war es ja so eigentlich in den letzten jahren muss man sagen war es eine reine größenentscheidung will ich den großen klopper mit ein bisschen mehr bildschirmfläche dann nehme ich das max und will ich was kleines handliches aber mit allen features dann nehme ich das pro dieses jahr ist es leider anders dieses jahr müsst ihr euch entscheiden wollt ihr die coole 5 fünffach zoom kamera dann gibt es die nur im pro max wollt ihr quasi eine gute kamera die auch verbessert wurde aber eben nicht diesen mega zoom dann nehmt ihr das pro und das ist natürlich so was also es ist jetzt nicht mehr so dass wir eigentlich das gleiche gerät in zwei größen haben das war etwas was apple lange gemacht hat nicht immer iphone 7 7 plus zum beispiel riesiger unterschied also früher war das auch schon so die großen haben andere features und mehr features als die kleinen aber dann gab es immer wieder jahre iphone 13 iphone 14 zum beispiel iphone 12 glaube ich auch wo es genau gleich war also sprich ihr habt nur entscheiden müssen geld und größe also größer teurer logischerweise aber so und apple war damit eigentlich der einzige hersteller der das für der das gemacht hat weil alle anderen hersteller haben schon lange gesagt je größer desto mehr features punkt wenn du das kleine willst da fehlen dir ganz viele features apple hat das so nicht gemacht dieses jahr ist es aber leider so das heißt ihr kriegt beim iphone 15 pro nicht das volle package sondern ihr verzichtet auf diese neue zoom kamera und ich denke das wird viele ärgern nicht nur finanziell weil der unterschied der sind dann schon 200 was sind es 220 franken zwischen dem hier dem kleinen und dem großen aber vor allem eben auch es gibt wahrscheinlich viele leute die hätten unbedingt gern diese zoom kamera die wollen aber nicht so ein riesen phone die würden auch dafür zahlen bin ich überzeugt 250 franken ist dem ein oder anderen das wert dass er sagt ich habe noch eine bessere kamera aber die wollen nicht dieses riesen monster für mich kein problem bei mir auf das smartphone selbst noch größer sein aber ich weiß dass sehr viele diesen 6,1 zoll bildschirm vom iphone ja vom iphone pro einfach ohne max sehr schätzen und jetzt müsst ihr euch entscheiden wollt ihr die kamera müsst ihr zum großen handy greifen punkt und das ist halt ja schade apple sagt natürlich ja hey aber da drin hat es zu wenig platz wir kriegen dieses penta prismen hokus pokus zeug nur hier rein und nicht da das kann man glauben ja okay es stimmt ich meine konkurrenz baut auch keine kleinen handys mit allen features drin das mag wohl wirklich so sein ich glaube dass apple durchaus aber es macht halt die entscheidung schwieriger weil ihr jetzt beim pro beim normalen pro bei diesem wirklich handschmeichler also mir kommt das schon richtig klein vor so ein telefon müsst ihr halt ihr macht jetzt kompromisse was ihr früher nicht tun müsstet außer bei der akkulaufzeit die war natürlich schlechter logisch aber sonst hattet ihr eigentlich das gleiche gerät und das ist halt dieses jahr nicht mehr so so was müsst ihr zahlen iphone 15 pro 1079 geht's los für 128 gigabyte und wenn ihr das große den großen klopper wollt dann müsst ihr mindestens 1299 schweizer franken zahlen dafür kriegt ihr aber auch 256 gigabyte also die 128 gigabyte variante vom max die gibt es gar nicht mehr die gab es letztes jahr noch konntet ihr das noch kaufen macht überhaupt keinen sinn weil wenn ihr eben pro res videos und so also mindestens 256 bitte dann ist das so habt ihr beim pro max immer 256 dafür ist es halt eben 220 franken teurer sie wurden generell ein bisschen günstiger verglichen mit letztem jahr also auch bei uns in der schweiz währungsbedingt und überhaupt wurden alle geräte dieses jahr ein bisschen günstiger aber eben je nachdem was du halt willst wenn du dir gewöhnt bist das beste zu kaufen dann musst du jetzt halt zum max greifen und wenn du natürlich letztes jahr ich meine man sollte sowieso nicht nach einem jahr das handy wechseln aber sagen wir vor letztes jahr hast du das kleine gehabt das iphone 13 pro und jetzt willst du hier das pro max dann zahlst du natürlich schon ordentlich mehr so lohnt sich's gute frage natürlich muss man sagen es ist unglaublich viel geld und wenn ich ein iphone 14 pro max habe ich würde wechseln wegen dem zoom das habe ich mir jahrelang gewünscht jahrelang habe ich ein samsung galaxy s irgendwas ultra mit mir rumgeschleppt jedes jahr zusätzlich zum iphone weil ich diesen zoom will und das muss ich jetzt nicht mehr jetzt kann ich es mal probieren nur mit dem iphone auch wenn er ein bisschen schlechter ist aber nicht so weit kommt aber reicht mir völlig also wirklich von dem her ich würde das machen aber ja okay ich bin ein freak und tester ich kann es immer irgendwie rechtfertigen neue handys zu holen aber sonst muss man sich sehr genau überlegen wenn du von dem iphone 13 oder 12er kommst vom 12er ist es in meinen augen ein no brainer egal für welches gerät ihr euch entscheidet es gibt ja von mir auch noch ein video zum iphone 15 zu den normalen und dann muss man ganz klar sagen also ein riesen schritt bei allem bei der akkulaufzeit performance die die dynamic island die kameras ist alles besser geworden auch vom 13er merkt man es noch beim 14er muss man wirklich ein bisschen genauer hingucken so bei den normalen fotos ist mir jetzt ehrlich gesagt nichts so direkt aufgefallen das 14 pro max hat auch fantastische fotos gemacht also das muss ein bisschen jeder selber wissen es ist definitiv sehr viel geld und gerade natürlich auch was das ökologische anbelangt sollte man sowieso nicht jedes jahr sein handy wechseln lieber nur alle paar jahre das ganze tun aber mir gefällt titan extrem gut ich finde das ist ein super schritt das sieht so wahnsinnig hochwertig aus so viel mehr so viel hochwertiger als als die vorgängermodelle finde ich sie liegen viel besser in der hand dank den abgerundeten kanten ich liebe sie in die hand zu nehmen ich überlege mir wirklich mal auf hülle zu verzichten es gibt dann von mir schon noch ein video zu diesen hüllen hier das sind dieses feingewebe zeug diese hüllen mache ich noch was dazu aber ja ich bin begeistert ich bin absolut sie gefallen mir wahnsinnig gut sie liegen gut in der hand sie sind schnell sind zukunftssicher ich habe eine tolle kamera tja sie dürften noch günstiger sein okay absolut aber sonst sehr sehr schönes gerät und jetzt seid ihr dran schreibt mir doch in die kommentare was haltet ihr vom iphone 15 pro oder auch vom pro max seid ihr eher team max möglichst groß oder eher team pro darf nicht größer werden wie findet ihr die kameras ist zoom für euch überhaupt wichtig oder nicht würde mich extrem interessieren und extrem freuen wenn wir das in den kommentaren zusammen diskutieren können ja und ich hoffe ihr habt so lange durchgehalten wenn ihr noch mögt drückt den like button das würde mich auch freuen und sonst sehen wir uns schon bald im neuen video das video zum iphone 15 und 15 plus kommt auch bald raus schaut euch das an ich freue mich sehr dass ihr dabei wart macht gut und tschüss bis zum nächsten Mal my im 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 Vielen Dank.